So, herzlich willkommen zu Diablo Hardcore, wie man es so schön erkennen kann, mit Apo, mir, Xbox, äh, ich meine Herdwix, und Lame, also Daniel, Daniel, Julian, Leonard und ich. Und jetzt ist Diablo 3, da hat er allerdings recht. Also echt, wenn... Also echt, ja, ich glaube wir können starten. Daniel, los, tu was. Tu was für dein Geld. Ja, echt, ja. Echt, ja. Ach, dammit. Ja, ja, ja. Akt 1. Erstmal Video. Schnauze. Danke. Die Götter sind in allem. Und überall erkenne ich Zeichen von Veränderung. Der Wind trägt eine unnatürliche Kälte mit sich, und mein Volk beginnt unruhig zu werden. Wer? Nun kommt Feuer von den Sternen und versenkt die Gewölbe der Himmel. Mann, die zwei Schatten, die da mindestens wieder an, oder? Sehr ruhig. Wenn Sie das Licht der Wahrheit entzünden wollen, bin ich ihre Fackel. Wenn Sie das Licht der Wahrheit entzünden wollen, bin ich ihre Fackel. Mein Geist ist klar. Ich werde Trastram von den wandelnden Toten befreien, die mit dem Feuer kamen. Alter Junge, warum tut ihr das? Warum habt ihr da weiter gespielt, Junge? Der hat Tybert auch schon was gesagt und wir haben das jetzt nicht aufgenommen, okay? Ihr seid doch scheiße, wisst ihr das eigentlich? Ach dammit. Äh, das ist nicht. Alles, Julia. Deine Mutter. Lass Dings anklicken. Boah, du bist dumm, ey. Ey, wieso komm ich halt nicht rein? Ich komm gar nicht rein, wisst ihr das eigentlich? Wieso kommst du nicht rein? Danke. Die haben auch schon wieder leer angeklickt, Benni. Ah man, seid ihr dämlich? Ja Benni, ich hast ein Buch, ne? Aber, was lieber. Also da an der Märkte, nehmen wir Benni anklicken. Jetzt sind die gleich Level 2, ey. Danke für nix, ihr Pisser. Ja, danke. Kein Problem. Daniel, was? So Benni, wir müssen nicht sterben lassen. Also niemals dein Heel klingt, find ich gut. Könnt ihr da rein und ruhig sein? Warte, ich holte mal kurz die Audioleiter raus, schnell von den Wichsern. Boah, die gehen schon raus. Können die mal aufhören? Sprachlautestärke. Hier, drehen wir mal auf 90. Das ist jetzt durch Pisser, ne? Benni, nimm das Buch. Iches Buch. Oh Gott, mach ich's dann. Iches Buch, Alter. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurück zu gehen. Das werde ich nicht drüber machen. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteuer. Pssst, seid ruhig, der redet was. Äh. Nicht mit dem Typen reden, danke. Wie ist das? Wir haben mal gesehen, dass die Leute einfach... ...die ihre Fahne begräßen können. Egal, du Inkompetenter. Was, Benni? Pssst! Danke, der Typ hat noch geredet, okay? Ich kann euch dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen. Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalthin und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschrieben. Die greifen die Barrikantin! Ja, wer macht das? Hä? Also, mit Daniel zu spielen ist gar nicht so gut eigentlich. Muss doch werden, lieber zu dritt spielen, oder? Ich habe mich zurückgehalten, ja. Ich habe keine Mission und nichts bis jetzt. Oh, hier. Hier, neue Fähigkeit kann ich wählen. Fliegender Tritt. Erstmal auswählen. Fließend. Oh, Handschuhe. Von Premium. Ja, Inventar. Oh, Hosen. Hosen. Das sind doch keine Hosen. Das sind irgendwie Unterhosen. Sag es nicht? Sag genauso aus. Das sind doch keine Hosen. Junge. Also, das ist Hardcore. Also, einmal sterben und dann ist weg vom Fenster. Ja. Ich würde mal sagen. Wenn Benni stirbt, dann nimmt Julian auf. Wenn Julian stirbt, dann nehme ich auf. Wenn nur noch Daniel greift, dann haben wir verloren. Weil Daniel nicht aufhört. Aber deine Dialoge, wer klickt hier nicht wegklicken darf. Meine Erfahrung. Das ist ein Schwer. Warte mal. Äh, brauchst du es nicht? Ja. Braucht jemand Handschuhe? Ja. Wollen wir nicht alles durchsuchen oder wollen wir wirklich hier durchrushen oder was? Wir nehmen alles mit. Wunderschön. Ich hab noch zwei Handschuhe. Ich hab noch zwei Handschuhe. Reisestagebuch. Verdrehen. Wenn ich in einer Höhle auf Schatzsuche war, wurde ich eines entsetzlichen Anblicks verraten. Ach, ähm, geht das Buch immer nur für eine Person? Ja. Okay. Dann kann ich das wegklicken. Ja, Benni, das musst du eh nicht anhören. Das sind die Bücher. Ich hör's trotzdem. Benni, nur kurze Frage. Wenn du schon alle Analogen zu haben willst, brauche ich das nicht alleine. Weil... Ich will das nicht. Ich will das schon mal aufnehmen, Mann. Du brauchst. Ich hab das Spiel schon komplett durchgehört. ...über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Und das oftmals... Will ich jemand Dings haben? Immer noch Handschuhe? Äh, welche? Ja, Handschuhe. Einfach in Animals. Wurde von boshaften Stachelscheusalen. Ja. Entschuldigung. Äh, ich glaub, ich hab ziemlich roten Schalen. Oh, eine Brust. Ich hab... Ich hab eine Brust gefunden. Ja. Ich hab... Ich hab... Ich hab ne Lederhose. Juhu. Ne Lederhose. Oh, ich bin da mit 3, Mann. Das ist schön. Was hab ich jetzt gefunden? Äh, okay. Nee. Ich war schlechter, Mann. Totalen blauen Streitkolben, wo du den hergegst. Shitet. Oh, hier runter. Jawohl, ich hab ne Keule, oder? Ja. Ja. Äh. Töten. Uh. Ja, ich auch. Das ist für jeden, Mann. Also... Alter, das sieht so eklig aus. Oh, blaue Handschuhe hab ich gefunden. Meins. Hier, blauer Bogen. Oh, nein. Äh. Ich hab ein blaues Schwert. Auch für Dings. Für einen Dämonenjäger. Das ist doch kein Schwert. Das ist ne Keule. Ich hab... Du Penner. Da ist ein Schwert. Da ist ein Schwert. Oh ja, das nehm ich. Da ist auch ne Keule. Oh, jetzt nehm die Keule. Boah! Du Sau. Haha, das nehm ich auch? Wie geil. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Später. Da nehm ich gleich zwei blaue Teile. Haha. Haha. Mein Blaues Item hab ich Julia gegeben, ey. Haha. Danke. Haha. Haha. Hat jemand ein Schild? Nee. Komm doch zu mir, Mann. Oh, wie ich euch hasse, ey. Was? Aber ein Bossgegner, der ist wichtiger. Haha. Ein Bossgegner. Ich hab gedacht, wir wollen alles machen. Hab ich auch gedacht. Komm einfach hingehen. Benny muss zurückgehen. Er nimmt doch auf. Ja und? Ich kann ja schon mal vorgehen, oder? Ja. Nur dass es hier im Dungeon ist. Ah, jetzt müssen wir wieder zurückgehen, ey. Haha. Das ist so logisch, weißt du? Ich nehm zwei blaue Sch... zwei blaue Waffen in die Hand und der schlägt trotzdem noch mit den Händen zu. Guck dir das an. Ich kann nicht überall reinlaufen. Ist ja unnötig. Will ich aber. Reiner! Was ist er da? Das ist ein Monster. Ist ein EP. Surprise. Aber das ist okay. Okay. Wir sind drin. Daniel Schild. Ja. Ihr wartet ja nicht auf mich. Ruhe. Gold. Jawohl. Braucht jemand Lederhosen oder Handschuhe oder Oberteil? Ich brauche... Ich habe ein Einrüstungsoberteil, wenn du besser hast. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dann streifst du alles ein, ey. Der Zigeuner. Dann ist so ein Zigeuner. Ich möchte noch mal betonen. Das ist keine Bild für eine Hose. Das ist ein Hotpants. Echt? Ich bin sicher. Ja. Guck mal Z, Benni. IZ, was? Z? Ö. Äh. 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 Okay. Erstmal ansprechen. Aha. Ja? Ey. Abbekommen zu mir. Da ist mein Superbanner. Alter. Wer überspringt das? Nein. Ich nicht. Ja, ja, dann. Alle haupt mit dem Scheiße. War das jetzt nicht? Wie macht man das? Ich will diesen Banner hinstellen. Geh. Geh. Jawoll. Haha. Ja. Wir fahren nur. Oh. Da mussten wir noch mal reden. Ah. Ja. Kommt. Lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen haben ihre Truhe verschlossen. Ja, mach das. Ich hab mein Weingaschen schon wieder leer. Fittscheiße. Er muss immer so viel weiter. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Warum blinkt eigentlich dieser komische... Warte. 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 Welcher Schmied? Warte. Mir steht kein Schmied. Nur Story. Okay. Kann willkommen. Ich kann einen Köcher für Stufe... Wait a minute. Wait a minute. Wir gehen noch mal auf die Skills drauf. Welche Taste war das nochmal? Also ich kämpfe nicht. Julian kämpft. Oh hier. Glückliche Reichweite. Wuhaha. Wuhaha. Hey, was ist hier los? Alter, ich drück in die falsche Taste. Unglaublich. Heiz mal an. Gell. Oh nein, wir werden sterben. Wir werden alle sterben. Beim Skelettkönig. Mit Ansage. Ich nicht. Ich und Abos sind ja... Weil I den Anfang alle ohne uns gemacht hat. Wie macht ein blaues Schwert? Hier. Was wird der Flam? Cool, ich nehme ein Schwert, obwohl ich ihn... Ich habe eine blaue Schärfe. Ich finde euer Onkel. Ihr bleibt... Wie viel Steine hat das Schwert? 8,4. Okay, das... Woll, Level Up, Benny. Ich ahnte, dass ich in seine ausgeblühten Herzen habe. Warum ist denn noch kein Level Up? Ja, weil ich noch ein bisschen was brauche. Oh, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Wie viel hast du gesagt? Sag's mir. 8,3? Jo, ich habe mich... 8,4. 8,4? Und was ist dazu? Menni... 1,3 Feierscharme. Okay, das nehme ich. Ich kann dir auch mein besseres Leben geben. Hier. Aber dafür brauche ich eine andere Waffe. Oh, das ist ein 9,8er. WTF? Ja, habe ich gerade verwendet eigentlich als Hauptwaffe. Kommt ihr? Ich habe ein Schild. Schild. Warum schlägst du alles weg? Verkauf's doch. Boah, für 2 Gold, ey. Das macht die Welt... Junge, was blinkst du mir eigentlich in die Hütte voll? Ah, ich habe ein Gehütter gefunden. Deswegen. Menni... Ruhe! Abschielen! Wir sollten nicht alle erst immer gemeinsam rausgehen, ey. Sonst wird das nix, ey. Sonst wird das nix, ey. Und wir sonst gar nix hier. Alles wunderschön, Junge. Wunderbaaar! Du musst immer hinter Julian rennen. Oh, da ist der Dungeon drin. Mal reingehen. Wartet auf mich! Oh, hab ich mich rausgemacht. Ich bin der Dungeon. Ja, ich. Ich bin der Dungeon. Ich bin der Dungeon. Ich bin der Dungeon. Ne Fähigkeit! Lichtblitz! Braucht jemand Schuhe? Ne Schuhe? Ja, voll Schuhe? Ah ok, ich hab 8 8er Rüstung Und ich bin drin Huuu Halt's doch Wait a minute Einfach runterspringen, wie wärs damit? Nein, geht nicht Schade Penny, bleib nicht hinten Ich bin doch nicht hinten Man, dieser P macht was noch verwirrt Das verrät mich fort Ich hab neues Wissen erlangt Das ist viel geiler mit 4 Leute, ey Natürlich Wir wollen, es fehlt für mich Aber sie werden viele Gefahren in ihren unvermittenen Kämpfen Äh, kaut ihr nicht mein Schild, Junge Ich brauch erstmal meine richtigen Fähigkeiten Darf ich auch was Und in ihren Zionisten widerwärtige Parasiten Dann sagt, diese Gestalten des Grauens Wurden von einem großen Edel erschaffen Ey, hier, Vorsicht Ooooooh Oh, ne Scherz Oh, komm Ja, ich hab noch ein Schild, du bist, weißt Ja, was für eins, sag mal an Wie viel Rüstung? Robust Also die ist schon mal besser Als was Robust ist, ist es besser Aber ich hab ein blaues Schild Wer will jemand oder nicht? Benjamin, brauchst du jetzt noch Schuhe? Äh, welche? Wie viel Rüstung haben die? Braucht er? Oh, braucht ihr das Schild? Das hab ich gerade am Boden gebracht Ich hab ein 9er Schild Oh, 57 Hammer geil Viel zu lange, um unsere Sachen zu wechseln, ey Ja, ich halt Das war blöd Irgendwelche Alters hier reinschreiben Oh, so kreppglätt Das ist mir gar nicht gewohnt, wenn das jemand in Chat schreibt Ja, ich wollt ja nur von mir Ich geh da mal runter, gell? Jo, mach das Ja, was wenn ihr die Truhe findet? Oder selten im Gegner? Ja, dann kommen wir alle zu Hilfe, um Und dann seid ihr zu spät und nicht getroht Ja, das ist richtig, ja Dafür fahren wir die schöne Fahrruhe Ja Aufpassen, Junge Aufpassen, Junge Oh Ich geh da wieder runter Ufff Geh Metzl Mein Hunde ganz vorne Geworben war kein Tag Mein Hunde-Tank Ich hab tödliche Reichweite, ich bin auch in der Keine Wende Voll die Reichweite, Junge Will jemand noch ne Scherben haben? Oh, ein Boom Boom Deine Mutter Ey, guck mal! Schutz es! Boom Wasserrecht, das ist... Oh, Dangel, ey Was ist hinten? Da unten hat er recht geirrt Voll Geld Ihr habt ein Pult vergessen hier Loops Da bin ich willkommen Oh, hier, ok Und hier Mein Name ist Lachdanan Und ich bin verflucht Ich war nicht der Hauptmann von König Leoriks Armee Lebte nur für mein Land und meinen König Niemand lebte sein König mehr als ich Selbst dann noch Als ich meine Klinge in sein dunkles verdorbenes Herz stieß Boah, ich setz hier echt unnötig aber Yes, dir macht das Spaß, oder? Ja, schon irgendwie Ja, ist noch ein Buch, Benjamin Hey! Boah, ihr seid echt blind, oder? Oh, 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 was, was, was? Ah, okay Ah, da, ich verstehe Ach so, das hab ich schon Das war Lazarus Von uns war wieder Dessen bin ich mir sicher Ich hab da alle schon Äh, runter und dann rechts Was ist nicht links, sondern rechts Ich gehe rechts Ich gehe rechts Geh doch die ganzen durch Ohhhh Ich gehe auf euch Und schicken uns in den Tod Aua Oh, Löwe Mitten ins Herz Mitten rein Ich versuche immer seine komischen Dinger zu schlagen Meine Hunde? Ja Ja, die sind halt geil, ne? Ey, sie nerven Ja, die helfen uns aber Was ist denn? Meine Last ist zu groß Geil Richtig geile Rüstung Welcher Punkt? So jetzt Nehm Ich werde erst zu meinen Verbündeten stoßen können, wenn ihre Pflicht getan ist Ja, schon recht, Charakter Ich gehe jetzt Gesinkel Zurück mit euch Zurück Gesinkel Hoffentlich stürzt es nicht einer Ach Ups Guckt auf die Skelette Guckt auf die Skelette Die Macht des verfallenden Sterns hat mich entweckt Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelingen habe Warum? Bringt mir seine Knochen Bringt mir seine Knochen, ja Bisschen bad as Motherfucker Ich hab' mir als Skelett Knochen dabei Die Skelette sind saugeil eigentlich Guckt, die rennen jetzt zu uns Das ist so geil Du bist so geil Peter erhebt Ich werde euch retten Was ist denn Sack? Bobben hier Ich kite Ich kite Erstmal annehmen Julian macht da Dauerfeuer Kurzbogen Julian Julian Hat jemand schon von euch abends schien? Ähh Nö Ja Ja Ja, hab ich Die haben Rüstung 12 Ich hab' am Schien Ich Ja Wow, die brauch' ich nicht Und drehen Hab Dank Aber warum habt ihr euer Leben für mich rissen? Eure Zeit ist noch nicht gekommen, alter Mann Pfff Ist da laut sein Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist Ich hatte das Schlimmste befürchtet Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren Was? Was? Von Video, ja Jawohl, Video Können wir wieder warten Ich habe mein Wort gehalten und Leas Onkel Deckard Cain gerettet Ich habe ihn vor dem Skelett König bewahrt Der mir nun den Weg zum gefallenen Stern versperrt Oh Ja, das war ein kurzes Video Verschätzen Was für mich Dank dir und deiner Freundin Ach, verdammt Sorry Immer wieder dasselbe mit ihr Da darf man nicht einmal den Kaufmann anreden Nein Nein, nein nicht Ups Da muss ich halt davor warten Und auch seine Seele selbst Mit dem Reden Bevor er endlich besiegt wurde Nun nicht Nun scheint es als wäre er auferstanden Um dieses Land erneut einzusuchen Also der Chat, ja, der Text Nichtsdestotrotz Der Skelett König versperrt mir den Weg zum gefallenen Stern Der Schlüssel ihn zu besiegen ist seine alte Krone Sucht unseren Schmied Hattrick auf Er weiß wo sie zu finden ist Ja Lea Du solltest die Zeichen nicht sehen Weil ich muss auch mal verkaufen gehen Ah, genau Ja, ja, mein Klo Ein Klo Ein Klo Was? Kann man ja auch ausbilden Irgendwie voll fail, dass der später nachher der Also dieser Schmucktyp ist Ich weiß, ne Warum fail? Dass der dann erst auftaucht Ich bin der Harbgerie Schenner Und jetzt ist er ja auch nicht hier, ne Oh, mei Penny, hier Ah, hier Boah, du Fisch Arme Arme Meine Frau Sie ist im Keller eingeschlossen Guck mal die Wasche hier Wir wollen euch alle befummeln, ja? Die sind richtig, ich hauern die auf euch Aber es muss getan werden Ich werde nicht Bendy, komm Hey, lass mich mal Das war an, bis er fertig gelabert hat Äh So ne lauer So ne lauer So ne Wow, jetzt gehts los Ich brauche mehr Zeit Ich brauche mehr Zeit Du brauchst immer mehr Zeit Boah, ich finde Akt 1 ist so langweilig, ey Echt nur Mit Bendy eine Sache Haha Du hat Daniel und Benny haben noch nicht den Erfolg Welchen? Dass Hedrick den letzten Schlag gemacht Äh, ne, hab ich nicht Ja, dann lass, lass ihn mal den letzten Schlag machen Okay Ich kann nicht mehr anreifen Also nicht umbringen HALT Stop Ja, deine Viecher Oh, die geht nicht an Ist weg Nicht angreifen Warte, jetzt stopp, stopp Ah Ja, das dauert ein bisschen, aber Hedrick, mach damage, du Wichser Boah, mach damit sein Hammer, viel damage, ey Aua Oh, bis dass er tot unentscheidet Das sind richtige Puffs, ey Ohne Euch hätte ich es doch Ja, ja Ohne mich würdet es nicht wissen, ey Sling Doch, irgendwann, wenn ich den Dings durchgelesen hätte Die Erfolge Ups Guck mich an Oh, grüne Grüne Gürtel Oh, neue Hose, hey Toll, es sind wieder Hotpants Und diesmal besitzt Schrapsen dazu, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Boah, die zwei blauen Teile Was ist das? Ne Gucken Seine ist ein Gogen 11,0 Ne, leider zu schwer, danke Penny? Ja, drin Was? Ne, ich nimm doch nicht die 2 Handachs, Junge 2 Handachs, die kann Kann, man kann, mögliche überhaupt 2 Handachs tragen Weiß nicht Guck mal, guck mal, ich hab jetzt sogar noch, äh, äh, mit, äh, Leggings Ja, stimmt, ich kann sie auch tragen Haben die jetzt gemacht, dass jeder alles tragen kann? Warte noch mal ganz kurz Gaaaanz kurz Ich kann sogar den Drogen tragen Mach dir Ja Trink ich's nicht da Das heißt, ich hier Zeug verkaufen Boah, du musst dich hier mal verkaufen gehen Das ist genug da Ja, doch, muss ich Ich werd gerade trinken, ey Ey, Junge Wo geht der durch hin, ey So ein Schmied suchen Was erkunden Da gibt's nen Weg, aber ja Trotzdem Wir müssen nach den Lehrling fehlen, oder? Ja Der ist eigentlich immer hier so rechts Ja, ich hab mir auch ein bisschen mal rechts gefunden Julian, hör auf, sofort zu rennen Ja, hier ist ein seltener Gegner Hallo Er ist ja klar am Kämpfen Ah Nice Cool ja Kommt nach rechts Hast ja recht, Julian Ich höre sie, wenn die anderen nicht da sind Junge, es ist ein Gegner Wir haben nicht das letzte Mal gesehen Trotzdem, Erfahrung Ich bin nun reicher an Erkämpfung Für die anderen Alter, wie das aussieht Wenn alle auf Wenn alle hoch werden Wie viel Rüstung Wie viel Rüstung 51 Ewig Braucht das Nein, das ist okay Braucht wir ja siebener Schuhe Jetzt hab ich immer eine bessere Fähigkeit So 2 auf Schuss Ne Ähhh Wenjam, was für Schuhe hast du? Äh, ich, ich hab welche mit, äh, 8 Rüstung Boah, es gilt doch sooo Ja, dann braucht's keine Ja Wo gut ist dieser Hast du Stresst oder wie? Habt ihr den Leading schon gefunden? Nein Ich hab den noch nie gefunden Oh Gott Oh Gott Oh Gott Da ist schon, da ist schon der Gold, äh, Typ hier Ah Ja Slow Und Todeser Ja Spiel mal auf der Zug Wo tot? Jawoll Was weiß ich jetzt kriegt Ey, ne blaue Hose die ich nicht brauche Will die jemand Fängt die Den jemand Was An Nö Nö Oh, wohnt da Nö Nö Auch die jemand Nö Oh Okay Gut dann gehen wir Ach scheiße, warte mal ganz kurz. Ich glaube ich muss das TS verlassen kurz. Warte mal ganz kurz. Ja, ja. Apo hat klar gegen Apo. Gar nicht. Der nimmt keinen Shatter. Doch, Apo. Also. Hab ich mal ganz kurz. Ja gut, das erste Wort was ist, das heißt Fleet. Okay, gut. Egal, auf jeden Fall. Ja, die Aufnahme ist leider abgebrochen. Weil ich aus dem Spiel haben musste. Weil mich ja ins Fest angeschrieben hat. Da habe ich nicht gesehen, dass die Aufnahme beendet ist. Warte mal. Und wir haben ganz einfach. Es ist nicht viel passiert. Wir haben die Krypte, haben wir gefunden gleich beim ersten Mal. Und dann sind wir zurück. Dann blablabla. Jetzt sind wir hier. Und die Kronen haben wir auch. Also die Kronen haben wir geholt vom Skeletkönig. Und jetzt wollen wir den Skeletkönig töten gehen. Dann hören wir erst richtig auf. Dann machen wir eine kurze Pause. Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Und ich sollte darauf achten, dass das coole Pünktchen da unten immer schön leuchtet. Ja und nicht viel Rost haben. Es ist nicht. Es ist nicht. Es ist nicht.